Und auch im eigenen Haus waren wir nicht sicher, wenn man eigentlich der Meinung war, dass man sich ausruhen konnte und nicht zu befürchten weiter konnte trotzdem nach hier. Und auch im eigenen Haus war es nicht sicher, wenn man sich ausruhen kann und nicht zu befürchten, wenn man sich ausruhen kann. Diese Zeiten sind dann aber, Gott sei Dank, vorbeigegangen. Und das sind wir uns heute beschäftigen. Und sehr viele Immunikationen, die hat sich erwartet, die Digitalisation und auch eine schöne Gestaltung vorzunehmen. Das machen wir jetzt. 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.